Ich liebe diese Stadt. Hier will ich einfach jeden Moment auf Fotos festhalten. Der bunte Mix aus Menschen und Musik inspiriert mich jeden Tag aufs Neue. Und wenn's dunkel wird, erwacht die Stadt zum Leben. Und ich erst recht. Egal bei welchem Licht, mit meinem Lumia mach ich eh die besten Bilder. Ich bin Nachtmensch. Und das ist mein Nachtsichtgerät. Das neue Nokia Lumia 925. Bis zum nächsten Mal.